Hallo, hier ist der Paul Panzer, wer ist denn noch da? Ich bin der Jimmy, hallo! Hi Jimmy! Early Boy, schreibt gerade erst eine Minute da. Ja, toller Name, wenn er zu spät kommt. Hey Early Boy, oh sorry, kommt zu spät. Hey Putsi, hi, grüß dich! Wie geht's euch? Hallo, ist der Paul? Hallo, hier ist der Putsi! Hallo, Timmy! Hallo, Timmy! Okay, ich muss euch nicht vorstellen, dann habt ihr euch alle selber begrüßt. Jetzt kennen wir uns alle. Early Boy! Einen wunderschönen guten Abend! Du hast deinem Namen aber nicht alle Ehre gemacht, Early Boy. Nee, leider nicht. Ja, wollen wir ins Game reingehen oder so? Ja, gerne. Weil der Paul mag keinen Smalltalk. Mag er nicht? Nee. Doch, natürlich. Und, wie ist es? Sollen wir spielen? Ich habe gehört, ihr seid jetzt alle richtig gut in DPD, gell? Oh Mann. Nee, nee, geht so. Das habe ich gehört aber. Aber du fängst als Killer an. Links bei Ausstattung kannst du eine Dose mitnehmen. Schreibt der Pierre. Danke, Pierre. Aber ich bin verheiratet. Er ist so schwül. Ey, Kaya, soll ich eine krasse Story erzählen? Unbedingt. Wir haben Erdbeeren am Balkon. In so einem Blumentopf. Und gestern hatten wir... Ich habe gerade gut verstanden, Erdbeben. Aber das wäre aber gut schlecht. Nee, nee, nee. Erdbeeren und der hat einen Vogel gefressen. Unsere Erdbeere. Jetzt hast du den Vogel gegrillt? Nee, der war weg. So, jetzt bin ich da. Ich habe nur die Killer gespielt. Ja, besser. Okay, du freut mich. Hallo. Ja, hallo. Oh, da hieß du mehr. Könnten Sie sehen? Er ist vor mir. Da bist du du? Hallo. Der Jimmy. Jimmy, bist du das? Ja. Also, im Spiel siehst du richtig cool aus. Sollst du vielleicht mal ein Beispiel in Real Life dran nehmen, ne? Ich versuch's. Die Jacke finde ich schon total geil. Komm jetzt. Hau auf hier rumzuschmusen. Oh, wieso? Und, äh, ja. Ich habe vergessen, dass es diese Skillchecks gibt. Tschüss. Die woanders sind. Was mache ich? Boah, ich muss wieder ins Spiel reinkommen. Ich habe alles vergessen, Leute. Boah, die Musik ist aber auch, ne? Die hämmern richtig. Am besten, Puzzi, du stellst dich irgendwo in der Ecke und wartest, bis wir fertig sind. Und wartest, bis wir fertig sind. Okay, okay, ich verstehe. Das war echt nice. Okay. Ey, was habe ich da? Ich habe da überall Zombies rum. Eier mich. Hallo, was hast du denn? Hallo? Ich heu. Muss du brechen? Wo muss ich ihn drauf drücken? Ich weiß nicht. Ich brechne mal auf. Nee, der klingt ja keine Ahnung. Rück an, wo irgendwas passt. Au. Ich weiß nicht. Entschuldige. Ich hab gedommert. Scheiße, da kommt der Jimmy. Verpiss dich. Kommen Sie zu mir. Ich hätte eine Frage. Nein. Ich bin der Förster. Lass mich in Ruhe. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich bin nur Tourist hier. Ach so. Aber könnten Sie mir bitte etwas mit einer Brotdose geben? Ich habe nur so ein lecker Bier. Nein, wieso bin ich immer da vor? Ich hasse dieses Spiel. Verdammt noch mal. Das passiert mir jedes Mal. Kommen Sie doch zu mir. Ja, ja. Jetzt mach doch mal. Du blöder Vollidiot. Halt. Ich komm mal rüber. Muss ich fünfmal diese Taste drücken, ey. Wieso bin ich denn gefrostet? Was ist das für ein Zombie? Wo kommt denn der her? Der liegt von mir einmal. Der gehört zu mir. Das ist ein Angestellter. Das ist für Kurzarbeit oder was? Ja, ja. Den ganz bin ich eigentlich oft. So. Ah, da geht's. Oh, na, guten Tag. Ich hab's schon gesehen. Die laufen ja überall rum. Schicht im Schacht. Wer ist mit dem roten T-Shirt? Ich, hallo. Du hast es eigentlich auch nicht angesehen. Putzi, ha? Ah, da bist du. Kai, ich hab meine Frage. Ja, nein, warte, ich komm mit. Du hast eine Brotdose. Ich hab dich bitte in der Tatik. Was war hier? Oh, je. Warte. Zünd jetzt aufheben, Kai. Ah, jetzt hier bitte auf. Ah, jetzt gehen wir mal spazieren. Sag mal, Putzi, hast du was gegen Ausländer oder was soll das? Ne, ey, du, ich will mit dir einen schönen Spaziergang machen. Da. Hallo, was geht? Da ist doch schon wer. Ja, aber wir kennen uns noch gar nicht. Warum bewege ich mich automatisch? Warum wackele ich so hin und her? Ich mach den Boden, den oder einer Hand hat loslassen. Der gehört zu jedem Mann, weil ich hänge ihn mal da auf, hänge, nehmen wir sie da hin. Verkästung hier jetzt. Nehmen wir nachher. Nehmen wir nachher. Das ist so unsozial. Du bleibst ein bisschen hängen, ich komme dann später wieder. Da, ich hole die Gürtchen. Ich hole die Gürtchen, du Vogel. Ich hole die Gürtchen. Aber dann bleib stehen, pass auf, so guck mal hier ein Gürtchen. Und warum kann ich denn nicht schnell laufen? Magst du Zwiebeln? Sind da auch mit drauf. Wie gehst du denn jetzt? Dankeschön, early boy, guter Mann. Achso. So. Oh, hey, bist du wieder runtergegangen? Ja. Bist du wieder runtergegangen? Das glaube ich jetzt nicht. Wieso ist denn hier alles so kalt? Was denn jetzt, dass ich verstehe überhaupt nicht, was hier abgeht? Ah, du musst auch verkehrt. Das ist ziemlich düster, ne? Müssen wir denn erwähnen, dass es dieses Spiel momentan, gratis gibt, ja, ne? Das müssen wir erwähnen. Ja. Willst du das noch machen? Es gibt gratis das Spiel jetzt. Und das ganze Wochenende, das könnt ihr euch runterladen. Und wenn ihr es behaltet, dann gibt es 50% Discount, ne? Rabatt. Ja, genau. Dann könnt ihr es quasi für die Hälfte... Und nur bis, wann war das? Bis Montag oder so? Wann sind wir pro Stieß? Wir sind richtig gut gebrüht. Ey, das machen wir gleich. Oh, ich sehe da vorne. Es sind älteren Herren, sehe ich da vorne. Was? Hau ab. Entschuldigen Tee. Oh, ich muss weg hier. Oh, hallo. Ha! Scheiß unternehmen. Bleiben Sie stehen. Was machst du? Das ist Schubband offen, oder wie? Du musst in der Kiste eine Impfung finden. Dann wirst du diesen blauen Effekt wieder losen. Was denn? Biontech, AstraZeneca? Ah, dein... Verhinde doch. Voll asozial, dass ich genau in dem Moment ihm in die Arme laufe, ey. Er hat einen richtigen Klaps zum Arsch gegeben, ja? Keil. Was? Richtig einen Klaps gegeben. Arsch. Arsch. Herr Patzer, komm. Arsch. What the fuck is an Arsch? Scheiße. Ja, hinten halt. Der Gesäß. Arsch. Hm? Oh. Hau doch mal ab durch den anderen! Herr Patzer, wo? Mann! Wo ist denn hin? Oh, die Zombies nerven ja wohl. Was ist los? Nein, hau ab! Was machen denn die Zombies? Die kennen ja gar nicht. Du bist der andere Anderen! Arsch. Scheiß, du ist, Bruder. Scheiße. Ich geh ja schon. Joa, leck's mir am Arsch! Doch hinein! Ey, was? Da machen die den Generator jetzt wirklich? Ja, Moment amal. Hallo! Warte mal ne Sekunde! Nein, ey, jetzt! Jetzt tun's mir da nicht, die Stromklaus! Hättest du's nicht fertig gemacht? Geschwein! Ich hab so'n Gezau'n! Fuckin' hell! Mann, ich bin so schlecht in diesem Spiel! Mach's jetzt! Was ist denn da jetzt? Eine Impfung drin? Ah ja! Iiiiihihi! Nein, 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 nein! Geh weg! Oh, da ist er doch! Geh weg! Da ist er doch! Was mach ich eigentlich? Was macht mir Tentakel? Nein, nein, das ist falsch! Habe ich jetzt meine Werkzeugkiste da liegen lassen, oder was? Nein, das kann nicht sein, oder? Ja! Das ist nix für meine Nerven, ehrlich! Hallo! Oh! Der muss sich denn da übergeben? Ja, ich gleich! Boah, lass! Der rennt mir! Muss jemanden Jimmy retten? Nee, noch nicht, gleich! Wo ist denn der, wo ist denn der, 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 der Wiener? Sag mal, Leute! Der ist hier! Der Wiener! Der Wiener! Wie, Leute, wie geh ich denn, wie... Wie geh ich in die Hocke? Habe ich vergessen! Ja, sieh, sieh! Putzi, wo bist du? Ja, ich hände da gerade den Jimmy nach! Ah! Was macht denn dieser fucking Zombie? Das ist doch... Wo ist denn meine Werkzeugkiste? Kann ich die nicht mehr aufnehmen? Ah doch, da steht's doch! Okay. Wie mache ich denn die Zombies platt? Weiß das einer? Na, hoffentlich gar nicht. Das sind meine Arbeiter. Ja, ich glaube, Wolker, sage ich glaube... Meine Arbeiter! Ja, aber, aber, aber... Ich schalte mich denn um auf Railgun! Ich brauche einen Railgun! Hab ich denn auch eine Waffe? Ne, eben nicht. Ich glaube, die Impfung, die kannst du neben die Spritze vielleicht... Zombies geben. Aber warum... Und warum sind bei mir so Streifen? Nein, nein, nein! Putzi, hau ab! Putzi! Herr Parti, komm mal her da! Nein! Sie haben hier den Generator wirklich... Das glaube ich ja nicht. Kann das einer klippen, bitte? Kann das bitte einer klippen, was ich gerade gesehen habe? Das glaub ich nicht. Was heißt, bin ich an dir vorbeigelaufen, oder wie? Paul, hinter dir ein Zombie. Nein, aua! Warum war es nicht ruhig denn? Bist du der Putzi? Äh, der Killer. Nein, was mach ich denn? Habt ihr das gesehen? Da hinten! Ich denke, das wird ein Neujahr gefeiert, weil ich sehe so Stromauswahl die ganze Zeit. Entschuldigen Sie. Ah, da hinten wird gewerkelt. Nein, wird gar nicht, das haben Sie nicht gesehen. Ich hab das sehr wohl gesehen. Müssen wir irgendeinen vom Haken holen? Sorry, Leute, ich bin gerade... Ich weiß gar nicht, wie das Spielbuch funktioniert. Wenn nicht, spiel nicht. Wo ist die Brotdose? Eigentlich ist schon wieder voll weg. Oh! Ich bin voll weg! Gut, sieh! Hau ab! Im jeden Fall, ey! Wer hängt in einem Auftakt? Ah, was hast du denn so für eine Akne an den Armen? Bah! Hui! Es juckt ganz fürchterlich und ich brauche, wenn ich es anschaue. Warte, ich heil dich. Wer bist du da vor mir? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Jimmy, warte, ich kann dich auch heilen. Warte. Okay. Ich häng's mal... Könnt ihr mal schauen, wie das... Wie das von hier ist? Es juckt ganz fürchterlich. Kannst du ein bisschen weiter links? Jimmy, ein bisschen weiter links? Ja. Okay, danke schön. Hättest du aber besser umdrehen müssen, dann seht ihr das jetzt nicht so gucken. So, ich jetzt bei dir? Oh, ist das geil. Oh! Was mache ich denn mit den Zombies? Ähm... Ich höre vorhin nicht ein. Ja, ich habe dir den Blick. Hey! Haben das Geräusch aus dem Spiel oder hat das einer von euch gemacht? Das war das Schnell. Hängt da jetzt doch wer? Oh, ich laufe dem immer in die Arme, das kann doch nicht sein. Fucking hell. Oh! Nein, das mal dasselbe. Brothers in Arms. Ja, du schmuck. You are so beautiful. Die Generation müssen wir ja auch machen. Nein! Oh! Oh, das war knapp. Hä? Bin ich jetzt hier vorbeigelaufen schon wieder? Einkupfen? Komm her, Jimmy. Jimmy, es tut gar nicht weh. Zwo. Komm ich hier wieder raus. Ach da. Ich bin weg. Oh, scheiße, wir haben es fast geschafft. Leute, wir haben es fast geschafft. Oh! Nein! Hey, jetzt macht's nicht. Lass mich nicht dann in den Wald. Ich glaube, ich traue und ich bin... Ja, komm halt mit. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin da hin. Wo muss ich denn hin? Weiß das jemand? Zu mir am besten. Aber wo ist denn Mia? Ja, hier drüben. Boah, jetzt lass mich schon mal in Ruhe. Ey, du bist zwar mit dem Virus, aber ich weiß nicht, was mit dir los ist. Scheiße. Wer sind das? Hier drüben, hier, hier, hinter euch. Mach schnell den Tor auf. Der ist gerade beschäftigt. Noch rauf mit dir, Jimmy. Du bist eh noch nicht kinkt. Nein, kriegst noch hier so. Zack, selber schuld. Wer streichelt mich denn da? Ey, hör mal auf damit. Heul dich. Ach so. Da kommt Zombies. Ja, ein bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Das ist gut. Oh, so ist gut. So ist gut. Danke. Ich bin das richtige Spiel gerade. Wo kommt denn hier? Nein! Wo zählt? Herr Panzer, wo geht's denn hin? Ist richtig nur 20. Ich bin nicht Herr Panzer. Weg vom Tor, weg vom Tor, weg vom Tor, weg vom Tor, weg. Lege es rechts. Ist schon wieder mich? Ah. Daneben. Die Peitsche. Die Peitsche weggekommen. Gepeitsche. Gepeitsche. Das ist ja wirklich schon ein Wurm im Arm. Oh fuck. Kommt in den Kasten rein. Da kommt der Streichler. Early Boy. Ach, weg, 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 weg. Ach man, das ist doch scheiße, sowas. Jetzt bist du mit den Epis-Metzküssen, wenn ich, sage ich jetzt. Was willst du denn machen? Ihn verbuddeln an Ort und Stelle. Komm, die Anhaken. Weiß jemand, wo ich hin muss? Komm, das läuft. Ich zeigte den Ausgang. Komm uns mit. Herr Kaya. Was denn? Ja, jetzt. Jetzt geh halt. Wenn du nicht Stiel hältst. Opa, er ist entkommen. Ah Kaya. Da, jetzt geh mal da raus. Was machst du da, Putzi? Ach so, da ist Zuschauer, ich kann gar nicht raus. Ich hätte nicht raus. Also ich hab... Ah, Tone, gibt's mir mal richtig noch... Was? Hattest du Spaß? Was war das jetzt, Putzi? Hab ich nicht verstanden. Nee, jetzt geht's raus. Ich kann das Leben. Nein, du musst Killer spielen. Und besuchst mich wieder. Besuchst mich wieder. Den nehm ich mal. Nein, ich kann mich weg. Okay, gut. Besuchst mich aber wieder. Ja, gell? Nein. Ja, ne. Nein, du sagst, ich geh zurück. Uiuiui. Aber für das, dass ich mich gar nicht auskennen habe, war gut, oder? Ach so, nicht so gut. Ja. Du musst nicht sagen, man will das killen. Ja, ich weiß schon, aber das war jetzt die ersten Testrunde. Aber ich kenne mir ja nicht aus. Also ich finde, das war kein nettes Hostel, wo wir übernachtet haben. Oh, ich bin da weg. So, wollt ihr jetzt Killer sein? Ähm, wer will als nächster? Paul, willst du Killer sein? Paul ist ja schon Killer. Ja, schon vor dem Spiel. Okay, die Ausleitung nicht vergessen, ne? Wo ist denn eigentlich ein Mad-Kit hier? Gibt es so, man kann hier weiterscrollen, habe ich ganz vergessen. Ne, ist noch drin alles. Was ist das hier? Das muss ich noch machen. Und das sieht gut aus. Wo ist denn hier ein Mad-Kit irgendwas? Gelbes, grünes, blödes, doofes. Kennt sich einer mit Ausstattung aus? Ne. Wir sind solche Profis. Sollen wir die Talking Points? Sollen wir das kurz machen? Ja, bitte. Ne, willst du? Äh, Jimmy, wo sind die? Also das Spiel ist ab sofort bis zum 12. Juli auf Steam Playstation Xbox kostenlos spielbar, ne? Und für interessierte Spieler, die das Spiel nach dem Ausbruch behalten wollen, gibt es einen Rabatt von bis zu 50% auf Steam Playstation Xbox und Stadia, ne? Ja. Und es ist ab 18. Es ist ab 18. Es ist ab 18, genau. Das ist aber kein Verkaufsargument, oder? Ne, das nicht, aber was es ist, ist es DPD unterstützt Crossplay. Na, du kannst mit PS4 und PC zusammenzocken. Meistens sagen wir, wir kommen über UPS. Ähm. Ja, die kommen auch noch. Was ist denn jetzt? Was muss ich denn machen, Mike, hier? Escape? Ähm, wir müssen bereit drücken, ne? Wir müssen bereit drücken, ne? So, ich war in der Ausgattung. Ich bin die ganze Zeit schon bereit, also. Warum ist der Early Boy? M4 Kulek. Alter, Paule, wie viele Stunden hattest du denn schon in DPD? Keine Ahnung. Du hast mit mir so... Nein, drei Stunden waren es bestimmt. Damals. Ich habe das schon mal gespielt. Ja, genau. Mit... Weißt du, wo wir beide zusammen in den Schrank? Ah, ja, ja, ja. Mit Dings und Gnou und Leo. Das ist ein Leo. Ja, ja, Tinker Leo. Das ist ein Leo. Das ist ein Leo. So, auch wenn sie über dieselben Grundfähigkeiten verfügen, haben alle Killer eine einzigartige Stärke. Alle so... Na, ich höre dir zu, bin gespannt. Ah, du, Buzi, jetzt bist du dran. Erzähl weiter. Also, du willst mich jetzt. Oh je. Ja. Und ich bin nicht so nett wie du, ne? Also, ich lasse keinen liegen. Das habe ich mir eh gedacht. Bei mir kommen alle an Haken. Hast du einen Überlebenden verloren? Spitze die Ohren. Vielleicht... Oh, was sind's? Ah, die Map ist schön. Ja. Ist nicht so romantisch? Romantisch. Aber auch eine selbstgestickte Hose an. Oh, ich glaube, ich sehe den schon. Oder? Wenn du mich siehst, ist es zu spät. Wer ist es denn? Welcher Killer? Hörst du mich nicht singen? Nee. Ach, die Jägerin? Oh. Cover me in sunshine. Cover me in sunshine. Die haben ja extra so ein Pink-Avatar für heute gebastelt. Ah, jetzt habe ich gesehen. Oh, aber es ist nicht so, hast du mich gesehen. Paul, geh weg. So. Nein, geh weg. Nein. Aber dann bist du ja die mit der Axt, oder? Ja. Die ist gefährlich. Freilich? Du kannst die Axt auch werfen, Paul, ne? Und in den Schränken... Ja, ich habe sie dreimal daneben geworfen. Ja, und jetzt gehst du in den Schrank und dann kannst du die Dreieckse nochmal holen. In irgendeinen roten Schrank. Ist das wahr, oder? Ja, das ist wahr. Ja. Hast du sie? Dafür werde ich dich zuletzt töten. Danke, das lieb von dir. Deswegen habe ich das gemacht. Holte den Österreicher bitte zuerst. Auch im Schrank. Oh, snack den weg. Wieso? Du bist ruhig, geil. Warum bin ich denn so langsam? Und wie kann ich hier die Spezialattacken machen? Ach so, die One-Shot-Kill? Ah ja. Schau, wie schön. Da geht sogar die Sonne unter dem Horizont, ne? Guck mal, ich habe einen Ladebildschirm. Und das sehe ich. Hört auf dem Siegel. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Spezialattacken aktiviere? Oh, nö, ich bin erst auch ohne geflogen. Und links, die meinst du? Da steht eigentlich daneben, was du drücken musst. Nee, aber ich dachte, ich hätte mehrere Sachen. Ey, du hast gesagt, ich bekomme du nicht. Du Sack. Ich schlitz dich nur an. Ja, super. Hey, bitte. Du warst umgeflogen dahinten. Du schmuck. Ja, ist ja gut. Ja, genießt. Ja, ich werde bei der Vernehmung sagen, dass es gewählt. Ey, was machen Sie da? Was machen Sie da? Habe ich nicht jetzt am Rücken? Nee. 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 Und daneben steht Richard. Schlaff! Schlaff! Du Kleiner! Was ist das? Putzi! No. Party habe ich das nicht gewollt. Wer ist das? Warst du das Putzi? Nee, nee. Das war nicht gut. Ja! Du, wo ist der frühe Wurm? No. Hahaha Paul, lass mich elruhe bitte Okay, nix Riii Oja man kalt vielen dank für deine fünf dankeschön ausgerechnet da muss ein scheiß skill check kommen mann der politik mann das ist ja der kleine politik ist er schon weg was ist passiert alle nach der runde kommen auf zu berater ja ich lasse ich ja ich habe mich dann auch jetzt bringe ich dich nach duisburg so kommen wir hier so genannte duisburger was machst du es schmerzt hör auf dich zu bewegen dann darf ich auch nicht mehr ok 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 tor ist offen welches das von euch von putzi links sowie von putzi links kaya hilf mir ja ich versuchte aber der paul kämpft auch man der schmuck den weg ich mach gar nichts mehr ja du hast eine tolle jeans jacke an jimmy weiß wo das tor ist siehst du dieses gebäude das oben da wie so ein eingefallenes gebäude ist mit diesem torbogen da ist das tor auf das heißt tipp auf den paul gehen aber ich hänge am haken jetzt ja das ist dein problem jetzt ich lese mal vom haken retten hier ist übrigens auch eine fucking hier ich gehe lieber raus aber die ist ja noch gar nicht aktiv gewesen oder die falltür was hast du für einen heiligen schein jimmy ich das ist wirklich wissen du deshalb irgendwann habe ich das bekommen das bist du putzi das ist der ich der bin ich mit der brille was machen wir jetzt sind zwar wir machen die drei jahre mit schönen flotten drei okay komm her ich weiß ja gar nicht wo ich hin muss an den ausgang ja ach so ja dann okay wo muss ich hin ich weiß nicht wo du bist kann man ja auch mit machen ja im echt gelogen nein ich glaube wir müssen läuft die zeit nicht abkommen wir müssen oder oben ist irgend so bald zum rennen ja ich glaube der ist die zündschnur na gut dann gehen wir lieber hat das doch doof hat sie nicht gefallen bis beleidigt habe ich denn jetzt war ich denn jetzt besser als killer oder schlechter oder wie kann man das kann man das irgendwie verifizieren sehr gut was mir gar nicht zugehört sehr gut sehr gut ich stelle frage du so sehr gut ich habe gemeldet da ich komme ja doch auf du ich nicht dann war es so richtig schlecht am roten naja mit meinem roten also t-shirt das war das war late boy wo ist late boy bist du am spiel ist er wieder zurück early boy ich bin ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann doch aber ich sehe nicht in der lobby ja okay da bin ich da ich bin ich war gerade lost also das spiel ist sofort bis zum 12 juli auf steam playstation xbox kostenlos spielbar für interessierte spieler die das spiel nach dem ausprobieren behalten wollen gibt es einen rabatt von bis zu 50 prozent auf steam playstation xbox und stadia das dead by daylight team hat kürzlich kapitel 20 veröffentlicht inklusive der ikonischen resident evil überlebenden jill valentine und leon s kennedy sowie dem legendären nemesis als ihr killer und die karte raccoon city police station der presse mappe in den presse mappe gekriegt ich habe ich muss es tatsächlich ablesen ich kann mir keine texte merken was er noch ja ich habe auch nicht stay tuned was sagst du ich war ja ich mach du jimmy aber wenn verschoben nicht wo ist das da wo man die dings die hier diese charakterpunkte ausgeben kann war das noch mal das netz wo ist das netz wo ist das netz es gibt hier kein netz weil wir hier es geht jetzt hier nicht im modus nicht in der privaten lobby aha alles klappt gut ich bin bereit ich bin einfach mal auf damit man das doch durch das lied aber deine version ist richtig super sie sind denn jetzt alle wieder dabei also ja alles sind und und alle sind bereit du kannst starten musst du starten jimmy macht jetzt mörder jimmy genau was deine dinge hier was machst du ist das klasse killer da mal auf stream ist komm schon herauf an die runde spielen okay ich mach einfach das geht nicht nach ja ja kannst du dich erinnern sich erst mal was also was macht haben gefragt habe wegen dusche wegen pinkeln kannst du erinnern ja genau bei den wahlheim ja genau 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 wie sind es mit dem rest du und picket so schön was meinst mit dem rest an nummer zwei in der dusche machen gegen jimmy lieb ach so jetzt verstehe ich soll ich in die dusche pinkeln ich gehe vorher immer ich setze mich vor auf die toilette bevor ich duschen gehe wirklich ja wenn ich wenn ich in der toilette so sieht es aus die toilette steht in der dusche mike wo ist der mute knopf aber ist es nicht die sich umständlich können ja du schaum machen oder kommt kommt auf die kann doch im klo duschen dass das würde dann da bleiben dass ja das ist das frisst sich ein bisschen rein wird dann ja ja so ein toxisch und sowas versuche nach dem bernsteinzimmer so jimmy du weißt nämlich lässt in ruhe ich gucke nicht auf den armen ich nehme keine rücksicht was noch mal vielen vielen dank für die wir auch einfach agent penja nicht für die fünf gibt es aber dankeschön leute thank you for your support so ich komme langsam ein spiel bist du wer ist das und was ist dein problem nicht deine sympathie punkte riskieren hier nur damit du die runde gewinnt oder so ich bin im schrank kannst du in den schrank ja kannst du kannst du verstecken fragen nein kann der jimmy auch ja der kann ich sagen wir kann den schrank aufmachen ja toll ist der assi mann wofür ist der schrank da zu verstecken da kann er mich ja mit schrank aufhängen das spiel ist wirklich nerven aufreibend und dieses wochenende übrigens umsonst ich muss ja was tun für meine schwimmbad freikarten kannst du woanders hingehen hallo wenn du mich jetzt ich sing gleich das jimmy leckli wenn du mich jetzt schnaps bitte leck mich fett joa so er sie hängt ein zweites mal gleich paul oder ein erstes mal denn jetzt sollte es wollen das heißt erst gleich bei jimmy ist der einzige der in echt schlechter aussieht als ein avatar im spiel das muss das ist ein komplement beleidigung leidigung ad 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 die geräusche macht sie mir immer in der mensa mittags und dann hätte ich war auch in dem hals aber jimmy du musst mich nicht leben lassen nur weil ich cool bin wollte dass du segen ist hast du nicht ich wäre auch so rausgekommen kasse mitleid und jetzt mal die anderen du bist du schon wieder erlaubt aber woanders ist es nicht sind es spielt sich zu verfolgen es ist doch ein asoziales kackspiel das spiel ist geil aber aber umsonst er plant jetzt kommen zum herrn an der schleichen ich bin das hast du diesen hufe eisen oberen kopf also ich habe krone habe ich habe ihm schön gemacht oder trägt sein gehirn außerhalb bis jetzt böse zu mir ich bin nicht böse ok ich will dich jetzt mal nicht mich wieso ich bleib bei putzi und wenn der mörder kommt opfer ich dich aber sonst immer freunde alles klar und weg mich johuu du komisch du bist angedonell ne 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 das war mittag alle waren das ohne anliegt Paul kommt zurück wo wo wir waren gerade wo wo wir gerade ich kann sagen wo ihn bestellt kommt ja kommt und die auch anliegen sollte nächste Kaya so ich wusste der ist hier bei Putzi alle erwarten ich helfe gleich meinen Freund dem early wenn ich bin Freunde ich helfe dir ich glaube er ist weg ja ja ich weiß early mein Freund runter habe extra angespannt für dich wo seid ihr ist das für ein Geräusch hast du ja klar ja also bist du eigentlich noch im spiel ich bin konzentriert ich will diese runde gewinnen gegen jimmy leck es gibt nichts peinlich dass gegen jimmy leck zu verlieren da bist du das ist ein skill level ist immer so partnerschaft status auf twitch ja ja wo warst du denn die ganze zeit ich habe mich am tor versteckt und gewartet bis aufgeht und hast vorgelesen gegenseitig runter holen oder muss ich nicht helfen nee das machen wir mal selber klar wo seid ihr der plan ist weg hallo 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 Paul ist tot ok Kaya wo bist du ja genau das sage ich dir jetzt ok bist du im generator ja er steht jetzt hammer hammer da ist dahin bin ich schon wieder oh nehmt ihr denn jetzt zum ausgang zum ausgang ja geh zu fähig ich mach grad auf äh äh zum torbogen es geht nicht mehr vieles drauf komm raus geht's 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 Paul hat early exit gemacht was hat er gemacht was hat er gemacht early exit sag dir mal early exit zu early access ah oh na das war daneben na wo ist er jetzt komm her ich schaffte an nein ist das tor auf oder nicht aui ja ist offen welches beide beide wie beide beide ich hab auch mal angestellt und gewartet du bist so abgehauen muss ich bereit machen ja ne die sind noch nicht fertig glaube ich ach ihr seid ach ihr seid noch im spiel ihr seid noch im spiel ok ich bin am exit wo seid ihr ist nicht jeder so schnell raus ich bin in der lobby 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 ich bin der einzige der du musst hoch raus aber hier steht bei mir dass ihr alle auf Partys seid sag mal was ist denn dahin ich bin ein profi ja juli gratis auf steam playstation und x bar hopp und crossplay fügt es noch irgendwie ein und golfplay hey cboss und bankroll jetzt nochmal richtig viel vielen dank für eure gift subs wie viel habt ihr rausgeballert cboss 30 und bankroll 28 gift subs viel viel dank danke nice euch gefällt dead by daylight und wie gesagt ne nach dem spiel spielen wir battlefield mit der ganzen community und ich hoffe mal auch gegen pauls community ne lederjacke und ne taschenlampe von 1904 ja aber die ist gut richtig wer ist jetzt der killer ok ich oder ich war noch gar nicht ja mach aber wir vermissen doch wir vermissen doch noch wo ist ein early early man den siehst du nicht ach den sehe ich nicht ok gut dann gehe ich auf bereit ach so ja ich muss auch bereit ok sag mal putzi gibt es eine geschichte dazu warum der name kaputzenwurm ist ne ne einfach so spontan ich hab mir einfach gesagt das merkt man sich das leicht zu merken also ich hab bei kaputzenwurm denke ich irgendwie an kondome ich weiß nicht warum das sagen viele das war vielleicht in der aspekt bisschen gewählt ja sex alt ja zix ist das ist das war da keine gedanken gang kaputzenwurm ja aber findest du gut oder ich finde es nur immer interessant die ist ja eh diese ganzen namen eh immer sehr eigen von ja wenn man die ganzen leute im internet ich bin der einzigen mit seinem klarnamen ne gut wo viele denken naja du weißt ja nicht zock mit nachnamen oder ja im terkanala ist kein türkischer name zückt 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 ich hab sie nicht gehört sag mal als harald schmidt aufhörte da kam nichts mehr ja was ok oder kennst du knossi nicht paul ne mhm bist du fan von harald schmidt knossi ich muss ganz ehrlich sagen ich hab nicht viel von ihm gesehen und so kasino zeug ist auch nicht meins aber macht er auch was anderes außer es stimmt die cams die cams ja das fand ich jetzt so twitch mäßig finde ich fand ich das geil was er aufgezogen hat um einfach mal zu zeigen was möglich ist auf twitch aber ich würde lügen wenn ich sagen würde ich hätte jetzt länger als 120 minuten mal knossi auf twitch gesehen und auf rtl habe ich ihn gar nicht gesehen also ich kann mir gar keine meinung ich kann mir wirklich gar keine meinung bilden deswegen ja super das fängt ja gut an hier ein bisschen feuerwerk zu einstimmen ne ne aber ich die cams fand ich auch gut ich hab aber nicht alle cams gesehen ich hab das angelcamp ein bisschen gesehen ja und ich hab das was letztes war was war das was denn das letzte camp was war das für uns ich weiß nicht das türken camp irgendwas nein okay was soll das das flüchtlingskett war das das ist geil das habe ich twitch vorgeschlagen aber die wollen das nicht machen echt das hätte ich nicht gedacht ja das flüchtling klar auf lesbos und die so ne machen wir nicht warum du nicht ey ist ja echt langweilig ne mit subs und donations und so und die so ne wir sind da gerade wissen das gerade nehmen die ich da lauf ich bin das ich habe keinen bock auf diese maschine dauert wird so lange ich habe was zum essen mitgenommen ich muss einfach geduldig müssen geduldig sein ich sehe ich sehe mich doch hallo kapuze dreh dich doch mal um dreh dich doch mal um stell dich nicht so an du hängst jede ganze zig rum kann einer putzi helfen jimmy ist der killer jimmy ist nicht der killer early ist der killer ne genau und wen jagt der gerade mich putzi stop er hat was gegen ausländer er hat was gegen ausländer oh die ist wohl gefallen die werden ihn nicht finden niemand wird ihn finden der ist bei mir Putsi Putsi wenn du das gut das zu zitieren kannst hilf mir Putsi quit living on dreams ich sehe wohl Putsi ich habe es schon aufgeben denn du bist bei mir Putsi Putsi hat mir irgendwie geholfen nix Putsi jetzt hör mal auf ich will da nur mit die quatschen ohne nein jetzt lass mich doch runter ich will da nur den Weg ich will da nur den Weg die werden dich nicht finden niemand wird dich finden du bist bei mir Putsi Putsi nein Putsi Putsi ich hänge kann ihnen einer helfen oder soll ich dich ihn runter holen soll ich ihn runter holen ich kann ihm helfen hol ich mich runter Kaya aber langsam ja ne warte er ist bei mir er kämpft hinter mir ja aber nicht campen early boy er kämpft hinter mir ich sehe die Hoffnung hier kommt er Kaya hinter dir da bist du siehst du mich aber du guckst auch im Gesicht nach vorne wie siehst du das nennen ja hast du so einen speziellen Code Ding hier so ein God Mode oder was ich kenne dich so Abfahrt weg hier erstmal wo versteckt ihr euch denn kommt raus ich weiß ich kann nicht ich kann nicht Eckstein Eckstein ja super vielen Dank Paul egal immer wenn ich ich gucke drauf und dann kann ich nicht mehr gucken und dann gucke ich weg und dann geht es los redest du jetzt von sex oder von was mach du das alleine mit dem Ding da ist der Mörder da ist der Mörder da ist der Mörder hallo da ist der Mörder oh was soll das Putsi I'm a cold cold world ich hab wieder was für das Dream Deck oh man hör auf Putsi Quilt living on dreams Putsi sie werden dich nicht finden niemand wird dich finden du bist bei mir Putsi das ist aber auch echt zu jedem Dude echt ein Lied finden ist ja das hat man die Tochter des Österreiches Lied das ist ja ja natürlich das ist ja die geh nach weg ich halte dich ich halte dich groß groß geworden in Quizshows warte da kommt da kommt Putsi gerade ja ich komme der nimmt den mit hinter dir ja vielen Dank ihr Penisse ich steck ihn au jetzt hab ich geweckt 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 so der mich hier mal zu durch mit dem Schrank ich muss mal was trinken die hat wenigstens geholfen ne nehm ich die jetzt weg ne nehmst du nicht bei mir schenke nether sky 0 black werner homies hier wird ich habe gehört ihr wird über mich gelästert wovon spricht über wen niemand wird über dich lästern was ist denn los ich wusste ich sehe dich nicht kapuze nein ey lass doch jetzt sei doch einmal cool zu mir nein ne aah die ne ja 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 du bist da verderben da wie du machst du die generatoren kaputt die sollen aus sein das geht so nicht kaputze ich habe nichts gemacht ja habe ich gesehen muss einfach warum muss ich nicht mehr space drücken warum muss ich nicht mehr space drücken kann die gerät und putze hey du bist ein schatz niemand wird dich finden du bist bei mir durchgefunden ich halte ich heiligen schein ich weiß du bist ich bin hier echter dauerheiler kann das sein habt ihr kein leben schön danke herzlich herzlich merkt man wie die leute in der schweiz wohnen ich halte ich noch am ort auch herrlich das ist auch wirklich ganz unter jüdisch unter jüdisch wir brauchen noch zwei generatoren danke paul ach du bist jetzt war und gehe ich bin so aufgeregt den killein vielleicht gleich an dem haken er kommt wenn man träumt die hier genau so mister abguckt kommen sie jetzt mit und guckt bleibt stehen bleibt stehen kommt zurück niemand wird dich finden kommt dann hätte zwar mein lieb kommt zurück ja ich hole den vom haken das ist mein job du warum ist es eigentlich immer dunkel ich warte im schrank und dann holl ich vom morgen ich bin glatt war dass der der gerade am haken das muss ich machen ich muss killchecks machen verstehe weil diesen killcheck das ist das ding was du ständig verhaust wenn du die dinge reparieren wir müssen mich da ein bisschen anleiten mit der sprache skillcheck fähigkeiten über die da ja fast an fähigkeiten klausur naja wie nennt man es denn nicht so gesehen muss gar nicht dass ich anschleichen ich schleich mich überhaupt nicht ran so jetzt gucke ich hin und guck nicht einmal weg nein zu früh aber ich habe schocken ok jetzt aber ab jetzt er ist bei mir ist bei mir also hinten ich habe dich einfach abgefunden die folge heilung heilung aus der heilung konzentriere ich einmal die du da bist du wirst hier die riechstunde in die richtung des anderen ich bin am haken holen einer von uns ich bin doch nicht am haken der spielt mit mir ich bin gerade auf keyboard ich bin auch auf keyboard ich bin auch auf keyboard ich hab doch so ein programm gestartet unterprogramm von den drei dingen nach was die hexer da gemacht agent penja warte ich drehe mich um tiefer wie kann ich denn wo weiß ich denn wo das tor ist ist noch gar nicht offen dieses leuchtende dreieck rechteck polygon meine ich also optraeder ob die finger gramm und bento was bleibt stehen bleibt stehen so ein schmuck bleibt immer stehen ich heile dich was sollst ich rufe an wo bist du jetzt waren macht drauf ich habe den ausgang taxi kommt gleich was das taxi kommt ja scheiße was mache ich jetzt ich habe den weg gebetet das alles was man konnte redet dich redet dich wo muss ich denn hin ja was war hallo kapuze also das geht so nicht weiter mit langsam breit ich bin doch kein steak ich habe was umgestoßen ja ich habe was umgestoßen ja ich habe was umgestoßen ja ich habe was umgestoßen aber ich hab schon pussi entschuldige putzi meine ich das hat mich so eingeschliffen wenn du wenn du 30 mal ganz schnell putzi da kommt jetzt nehme ich auch so ich bin der killer jetzt ich sage mir eine schöne runde was nimmst denn als killer weiß schon ne habt ihr eine ahnung ne überraschung was was kann ja mal was fürchterliches was heißt denn schwierigkeitsgrad das heißt ja was gruseliges welchen killer hat man denn noch gar nicht wer war denn der erste killer wo alles weg gefrostet war hey der trickster kenn ich noch gar nicht was denn das ist der erste oder es heißt ja wirklich trickster oder verlesen ich habe mich verlesen sorry mach der der dich am optisch am meisten anspricht den mann frotten hässlich sind die ja gut ist auch der killer ich verfolge ja kein model der henker der henker sieht gut aus was kann der denn alles der kann erzwungene buße wird dieses talent freigeschaltet ist es im blutnetz was kann der alles ah hier steht geschwindigkeit grundterrorismus ey paul das trickmenschenspiel war sehr lustig stickfight das hab ich ja ins spiel gebracht kannst du nicht kennst du das war dein einziger spiel vorschlag in deinen sechs monaten täglich karriere und das war der beste ja siehst du mal kenn kenn nein ich wollte es nicht jetzt unterbrechen ich wollte zufrieden sein dann unterbrechen mich ruhig beim nächsten mal ok ne kennst du es kennst du Silent Hill Silent Hill ja kenn ich da ist der herr der henker aha ja im zweiten teil der ist fürchterlich der zweite kitz ist du raus muss ich irgendwas drücken Mike ne ich glaub da da wo es nur da kann ich gar nicht ich kann die meisten gar nicht auswählen merke ich grad ja ja dann musst du nachzahlen komm los geht's ich hab jetzt irgendeinen genommen es geht nur mit in-app-Käuf ja doch glaub ich im gleichen Weg du kannst dich äh unsichtbar machen musst du aber sicher machen um dann äh anzureifen es wird jetzt fürchterlich das umsonst-Monster ist einfach krankenpfleger in der Grubenschacht sind wir immer in derselben Map ich will doch mal eine andere sehen ach so hätte ich die Map auswählen können ich weiß es nicht hm äh sag mal putzi bist du immer noch der mit dem mit dem Ring über der Birne wie soll ich mir denn jetzt entfernen im nächsten Kampf nein musst du ja nicht sei denn du kriegst Geld dafür ne ich hab mir gedacht ich schmück mich ein bisschen für dich putz mich raus nix ja putzi ich putzi mich hier raus ne hallo meinte doch nicht haben wir hier was da ist grad ein unsichtbarer an uns vorbeigerannt ah ja ich seh den dahinter aber wenn er unsichtbar ist wie kannst du ihn dann sehen ha ja weil ich bin ja immer einen Schritt weiter ey ey versteh ich lauf weg wer ist denn nochmal Killer Kaya ne ey Kaya lass mal kurz mich da hier ok gut danke Kaya lass mich doch jetzt mal Kaya was soll denn das Kaya bist du das bist du heiligenschein Toni ja Kaya ich entferne ihn mir bald geh doch runter Kaya geh doch in den Keller man da kann ich dir nicht hinterher kommen ich hin nicht hin weil das wäre ich da drin in der in der Dose weiß man das kann ich ja irgendwie reingucken kürtchen kann ich im Schrank in die Dose gucken nein nein das ist nicht open world das muss man sagen ja geh mit deiner facktaschenlampe da weg die ist gut die hilft oh Entschuldigung tut mir leid ich bin nicht müde naja dachtest du du wirst jetzt schauen umläufst mich ja ich auch aber es hat keiner geklingelt ich lauf sie dir nicht mehr geht schon komm du machst es wo wer ist es Jimmy komm mach mal was ey das macht sie wirklich gut heul mich der ist unsichtbar hör mal auf Jimmy Jimmy was da kommt Jimmy so komm weg hier Jimmy ich bin verletzt heul mich wo da oh oh ah ah aua Hilfe bist du nervig wenn man wenn man euch wegdonnert dann achso da bist du ja nein nicht verhüllen die nehm ich dich nochmal auf verhüllen verhüllen das war schon richtig das war das richtige hast du gesagt verhüllen oder verhüllen verhüllen ich hab auch verhüllen verstanden nein verhüllen mich nicht jetzt geh doch mal auf diesen Kackhaken man so oh nein ich war immer nett zu euch okay oh nein oh nein er läuft mir nach der böse Killer oh nein oh danke Paul wer hat hier danke gesagt seid ihr bescheuert Paul ist überall gut gemacht Aua scheiße wer hat denn hier danke gesagt bist du bekloppt ich du hast deine Position verraten ich glaube nur mal danke Paul ist alles klar dann geh ich mal besser zurück AAAAAAAA Hilfe so was ist jetzt mal wie dieser Gong kommt dieser Pausengong ich glaube du bist unsichtbar ey wenn der Gong kommt dann macht Kai sich unsichtbar oder sichtbar und und Brotzeit ist oh nein aber nur die Superdose dabei hast das Grießkind kommt ey Paul 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 was denn warum sprichst du denn so leise damit weil er denkt ich denke ich aber es ist ein Schwachsinn hä bisschen für die Atmosphäre jetzt komm Paul ich bin verletzt danke ja dann lass mich da auch Mann du lässt mich nicht ran du musst durch ja Paul ich bin Paul jetzt ah hier ist auch das Ding ich muss das Ding rein kriegen da hat er geplatzt Paul ich bin nervös oh ich tut mir leid ich muss weg tut mir leid oh hey Kaija oh Kaija bitte hör auf ich bin ein alter Mann das stimmt oh ach hör auf Kaija Mann du bist echt doof Mann hier explodiert ihr aber auch alles ihr mit euren Skillchecks hey Kaija das muss jetzt aber nicht sein gell dass du jetzt auch auf mich sauer bist na ich mag einfach keine Ausländer was soll ich sagen ja das das merk ich wir haben schon genug Ausländer in Duisburg wir haben schon genug wir haben schon genug wir haben genug aber warte eh Jimmy ja da achso ich flüster immer gell ja warte was muss ich hier wieso steht denn hier finde Hilfe ich habe es mir selber gemacht bis da und jetzt brauche ich noch ein kleines Stück da als ich fertig bin oh da kommt was danke wer wer oh da ist wer das Grieskind ist da warum erhole ich mich nicht weiter hallo weil die letzten 20 müssen wir machen ja dann mach das doch ja ich du hast recht ich hätte mich ja du wirst mich nicht finden niemand wird dich finden ich bin bei mir ich bin doch recht das kann doch nicht sein dass ich dann ich daneben schlage ja doch da könnte ich jetzt eine Schicht ja ja hallo komm Junge ich seh deinen Heiligenschein hier Paul der weiß doch wo wir sind dann ich dank dir ja ist ja kein Problem Paul herzlich willkommen ich hab dich extra liegen lassen Paul ne ja geheilt von einem Duisburger jetzt krieg ich ein paar Subs dafür ich fühl mich schmutzig ich fühl mich schmutzig nein aber gut hey verdammt hey hey Kaya machma nicht tschüss wo ist denn der Penis hör doch auf du darfst sowas nicht sagen das ist links oh Kaya Kaya tust du mir nix wenn ich dir sag wo die anderen sind stopp ein Moment Kaya lass mich die sind dahinten ok der Kaya der hat der Penis gesorgt wenn es nicht stimmt Putzi dann stülp ich dir ein Kondom über und mach dich wirklich zu Kapuzenwurm Kapuzenwurm das stimmt ja gar nicht du Arsch der ein Kapuzenwurm das hab ich dem auch noch geglaubt was denn ich glaub ich ja nicht was hast du ihm geglaubt er hat er wollte euch eigentlich verraten links das wollte ich gar nicht tschüss ne hä hä ich geh tschüss ich lass dich alleine mit ihm Jimmy ich geh nur so uah ich geh nur so mit einem neuen Freund was kann das sein dass ich nur zwei Haken sabotieren kann das kann doch nicht sein dass ich stell dich daneben Jitze geh mit deiner fucking Streichholzschachtel da weg Batterie leer scheiße ja ihr bleibt doch jetzt leer kann das sein dass ich nur zwei Haken jetzt sabotieren kann so du achso du bist auch da ja ich komm hör doch mal auf mich zu verhüllen Mann kann das sein dass keiner mehr mit mir spricht kann das sein dass ich nur zwei Haken reparieren kann wo sind jetzt der nächste Kackhaken kann das sein dass kann ich sagen was ich will und keiner hört mich Schweine oh ehrlich rett mich jetzt ja wieso leuchtet der nicht rot auf dieser blöde Haken hä kann mich niemand hört mich niemand mehr hallo geh du Arsch und das für die Taschenlampe oh wir hören nicht achso kann ich den Haken nur zweimal reparieren äh demontieren die Batterie ist leer komm lass mich ruhe jetzt und ausdem weil dein letzter edit kacke war hat sich keine Dura-Zell boah da hast du aber jetzt in sein Herz rein BWW Dura-Zell-Dine geheime Werbung jetzt geh doch mit dem Verhüllen weg das ist doch Mann ich war mich mal am Feuer so direkt vor dem Haken Jimmy das ist einfach dein Schicksal ja komm her und das ist für den Uncut den du verkackt hast ich hab dich am Haken Baby ich komm wer hängt da gerade war das Kaya? was ich hab gar nichts gemacht Kaya hustet die nämlich hat im Spiel die Huster eingesprochen hab gar nichts gemacht naja na wir hätten da ne Anfrage für sie Jimmy komm runter Menschach ihr blöde Spocks mach doch mal unter Skillchecks hey wie gehts willst du selber rauf oder wie was macht ihr da am Haken nein ich will den Haken kaputt machen ja aber ich kann nur zwei Haken kaputt machen jetzt reden sie doch nicht über den Haken ich kann doch nicht hören ja hier sind ja noch ein paar oh da kommt doch euch wieder raus ja aber hier ist ja nicht mal ich sag doch nicht der Haken hinten links ich sag doch nur der Haken sag mal Jimmy was mit dir ha was mit dir Jimmy ey wir sprechen jetzt engel warum stirbst du nicht einfach warum stirbst du nicht einfach wo ist dein Problem warum ich nicht repair die Haken zwei Stunden naja ich habe zwei Stunden repair die Haken ich habe zwei Stunden repair die Haken ich habe zwei Stunden repair die Haken ich will mit dir reparieren die kein dem Killer es geht nicht dreimal geht nicht dreimal geht nicht dreimal also war es ist un aber wieso mit dir reparieren du könnt doch den Killer was denn hier Jimmy und das ist dafür dass so generell einfach so weil du es kannst für deinen Namen bitte als ob er mich nicht gesehen hat als ob er mich nicht gesehen hat als ob er mich nicht gesehen hat ey es ist offen es ist offen es ist offen Kejo ab zu bekommen als wir gehen du bleibst hier du bleibst hier Paul du bleibst hier komm wir müssen retten ich mach schon mal auf ich mach schon mal ready ok mach auf Kaya bist du weg? wo bist denn du Paul? Gott sei Dank Kaya muss das subs vorlesen ach so du bist noch da ey das ergreif ich jetzt du Lügner du Lügenbold du Lügenbold du Lügenbold LÖGENBOLT LÖGENBOLT ich bin doch auch wieder da ich muss nicht auf Toilette kannst du mir eben helfen so ich krieg doch selber grad am OASCH am OASCH am OASCH am OASCH am OASCH sind wir wir werden dich nicht finden niemand wird dich finden du bist am OASCH wo hab ich dich direkt auf oh super das ja du hast mich im Fenster gegript hab ich noch nie gemacht Kaya gegript ach ne sag nicht ihr seid beide am Boden wir werden den ja wenden niemand wird dich finden du bist am OASCH so wo ist Paul wo ist Paul wo ist Paul ach so äh Hörlichen es liegt da dir ja ja warum flüstert ihr naja weil der Killer in der Nähe ist warum der hört der Kaya hört schwer oder was vielleicht den Adrenalinrausch vielleicht nicht so deutlich kann mich jemand entheilen ent was ja ich hab mich ja ein Stück weit selber ich brauche eine entheilung letztes stück wo bist du Paul eine letzte 1 cm heilung ja warte ich helfe dir ja hier wo ist er hallo hier hallo komm Eddie hilf mir Paddy ja ollie sieht so aus Paul komm mit an der Richtung Paul hinter dir ne ich hab dir jetzt genug Chancen gelassen Paul hey sprich mich nicht an Paul ja wo bist du ich such den ausgang ich finde kairisch doof ich zeig euch den ausgang ja ja na werden wir uns spielen können sie uns die Huster einspielen ich hab gar nicht gehustet ich weiß gar nicht hey teddy hilf ich weiß nicht teddy wer ist denn teddy man das ist er sieht aus wie teddy wie der komiker ist der von super teddy erfolgt mir der sieht auch wieder der moderator von hülle der löw da war wieder wuster kaiser christophilien muster geld oder hat sie war bei out machte links vielleicht ist er verschnuppt und erkältet ich hab mich ja hier kapuze nein ja wohin soll ich gehen ich finde das reist ausgang auch ich komme schon ausgang die maus weg ich komme ausgang scheiße die maul ist weg ich habe mich total erschrocken oh man jetzt habe ich hier das ist das ding so umgekippt das we bastoneck ich bin raus man muss was wissen du fahren das gibt es doch gar nicht du kannst du nicht deine kumpels im stich lassen eine maus mehr nee die ist wirklich weg die maus die deine maus ist weg ich habe mich erschreckt und die maus ist hier hat sich scheiße was ist wenn der balken abläuft oben was ist dann ein bisschen tot jetzt ehrlich die ist dann muss ich raus kann doch nicht sein die kann doch nicht einfach sich auflösen dann stehe auch dann sterben wir wirklich ja ich musste raus scheiße ich wollte doch die maus die maus ist komplett die maus ist komplett weg ja so take that take that take that ah ich habste sie hängt grad kapsel danke sie hängt runter hier hier hinten ah guck mal hier ne so ich hab zwar sympathiepunkte eingebüßt aber dafür das spiel gewonnen ok ok nächste kille machen und immer noch mal du hab zu bock oder ja klar ich bin jetzt überlebender ok du denkst du machst du noch mal ding ins kirchens killer klar ja klar warte soll ich mich überraschen oder habt ihr einen wunsch oder soll ich selber was denn wem ich sein soll als killer such dir einen aus soll ich euch überraschen ich kenne die alle nicht ich kenne so viele nicht bin wieder da hallo hallo spiel mal den killer mit dem kleinen kumpel konnte ich gar nicht auswählen musste ich den freischalten ja haben wir nicht eine special edition version heute bekommen oder so wo alles freigeschaltet ist damit wir alles zeigen können ne ist ja am wochenein ist ja umsonst ja aber wo man halt so ein bisschen was freischalten kann paul ich hab dir wirklich drei vier möglichkeiten zu überleben gelassen sogar zum schluss ich hab dich hab ich dich einmal aufgehängt paul ne ne das hast du schon gemacht bevor wir gestreamt haben wie geht denn das ding ist das ding auch noch kaputt scheiße hast du wirklich deine maus gefreckt nein die maus ist jetzt wieder da aber ich habe dieses webasto streamdeck ist irgendwie umgekippt wie heißt das von webasto ja keine ahnung neue russische firma webasto ne das stimmt schon du hast so ein russisches imitat naja egal wird schon geht ok was muss ich machen fortfahren fortfahren auf bereit also der einzige der entkommen ist war grad putzi ne ne ich bin auch gekommen na bist du nicht wirklich doch du bist mir doch hinterher gelaufen dann habe ich die gar nicht gewonnen die runde ok ich bin bereit ich bin bereit ja dann klick rechts unten bereit ja toll was soll ich nicht noch alles machen das ist zu viel verlassen ne ich bin hier noch immer dieses blöde tabasco deck nicht ich glaube fast echt ihnen nicht gegen rausgesucht hätte er lieber, man nennt ihn so. Und nach 0 Uhr dann. Da war kurz ein Überleger drin. Ja, kurz überlegt. Ja, ich hab mir gedacht, ja gut. Wenn man mit mir so kommt, so charmant. Ich mach nur Spaß, Putzi. Ja? Ach, das weiß ich doch. Naja. Darf ich eigentlich fragen, wie alt du bist? 29. Nee, ehrlich? Das sagen aber alle, die über 30 sind. Nein, wirklich. Du hast eine Stimme wie so ein Lehrer. Du klingst für mich so seriös. Du könntest doch jetzt irgendwie Chemie und sagen, oh, heute haben wir hier die Ordnungszahl von Stickstoff. In der Freizeit mach ich das oft. Nee, ich war bald 30. Seriös kling ich, das wollte ich sagen. Nee, wirklich. Ich hätte jetzt gedacht, du bist älter. Ah, okay. Aber ist ja gut, wenn du 29 bist und du das selber glaubst. Das ist doch toll. Ich glaub das schon. Warte, so jetzt. Weißt du, wer jetzt kommt, aber weil Herr Paul hat? Achso, wir sind schon im Spiel. Uh. Paul, komm mal, schau mal her. Oder wer ist es? Schau mal. Ich finde, wie sagt man, wie ist das? Wiener Schmäh? Ja, ja, das sagt man. Aber das finde ich so schön. Ich finde das so, also ich finde, gibt ja Sprachen, die sind oder Dialekte sind schlimm, aber das finde ich schön. Wirklich? Ey, was ist mit dir? Die Morg, ey. Also. Hey. Ihr habt ja Zeit. Das finde ich schön. Weißt du, Kaya, schau mal. Ich bin die Mutti, die Mutti ist da. Kaya. Ich bin die Mutti. Kaya, die Mutti ist da. Da hab ich schon Geld für bezahlt, um das zu hören. Aber du bist nicht meine Mutti. Ah nein, du hast diesen Homunculus. Du hast diesen scheiß Homunculus. Ich hasse den. Was muss ich machen? Kaya, schau mal bitte. Hey, ich gucke einmal rüber zu meiner Community und schon ist der Generator. Ich mach mal selber. Mehr egal. Ich habe eh. Kaya, mein Baby hatte ich. Mein Baby hatte ich. Mein Baby hatte ich. Was für Sätze. So was sollte dir klippen. Ey, Kaya, ich hab das Baby dir aufgegeben. Du weißt, wie heißt der Kleine? Ich hab dich in der letzten Runde verschonen. Das stimmt. Weil ich mag Ausländer, wie du weißt. Ich bin da selber einer. Geh, Kaya, wie kann ich dich shoppen? Ich mag dich gern immer. Du hast recht, das lasse ich dir. Ah, hier. Dankeschön. Ich bin auf. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Such dir den Paul. Der ist weiß, ein männlich cis. Der ist weiß-rose. Was? Ey, den will ich dir auch mein Kind zeigen. Was ist mit dir? Was sucht mich da anleuchten? Fall ist das an. Guck mal, Alter, Figuren. Was ist mit dir? Wie heißt nochmal? Wie heißt nochmal? Das sind die Osterinsel, ne? Wo diese Figuren stehen. Dankeschön, Early. Ja. Und schau mal genau auf die Köpfe. Die verfolgen dich. Ge weg, Puzzi. Ge weg. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, nimm der Jimmy. Jimmy, Jimmy ist sowieso, der mag das. Ja, Jimmy mag das. Mit dem kannst du alles machen. Der hängt gerne ab. Ich weiß. Der findet auch den Haken gut. Doch, wilde Fantasien hab ich gehört. Stimmt das? Ja. Deswegen kann er mit mir zusammenarbeiten. Ja. Okay, ich verstehe. Was? Wer ist kaputt? Der Jimmy trägt den Haken auch privat. Mann, jetzt geh doch mal weg hier. Jetzt dreht's halbwert. So. Oh Gott. Ey, ich will euch mein Baby vorstellen. Wer hat's noch nicht gesehen? Ihr habt dein Baby schon. Wie heißt er denn? Auf dem Rücken gab. Ich fand es ihn. Hier in dem Chat, in dem Chat bei mir schreibt, einer Clip erstellt und das Ding heißt Paul Schlaganfall. Was macht ihr denn da? Was ist das? Scheiß, man kann nur zu zweit. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Ich bin... Ey, Leute, Leute, Leute. Der nächste. Jetzt seid's noch nicht so zu mir. Ich will doch auch nur... Mein kleiner kommt bei dir die Schule. Kannst du den kleinen platttreten, wenn er auf dich zurennt? Wie mach ich das mit der linken Maustaste? Jetzt wirst du aber mit Viktor nix tun. Kaija, wenn das ist... Könnt ihr mir sagen, wie man das macht? Er kommt bald in die Schule. Mit dem Fuß? Ja, nee. Mit welcher Maustaste nicht mit dem Fuß? Ey, ihr redet aneinander. Ey, was haben wir denn? Boah, das ist ja in der Community. Oder mit dir den PC, Kaija, bitte. Was? So. Träts, hier, mit kleiner Viktor wird jetzt raus. Fuck, sorry. Ja, Viktor, um noch weglaufen. Der kann ihn in Ruhe lassen. Hau ab. Aber ich... Oh, nie. Ey, ich finde euch nie. Warum, ich bin ich hier allein, oder was? Hast du, du kannst Viktor nur treten, wenn er daneben gesprungen ist? Da ist der kleine Scheißer. Das ist mein Baby. Hallo, Paul, drehe dich mal um. Paul, hallo, ich bitte keine Viktor. Paul! Ich hab was am Rücken. Was muss ich machen? Paul, du musst... Ich kann mich so schnell lesen. Er schlagen. Er schlagen. Er schlagen. Das ist der Viktor, Paul. Stell dich gegen die Wand und drück die linke Maustaste. Ah, was? Wo ist das? Ich bin... Was sagst du, mein Baby? Ich hasse diesen Killer. Ich hasse dieses Spiel. Aber dieses Wochenende, umsonst. Boah, your computer needs to restart to complete your Sonic Studio 3 installation. Hast du einen Knall? Keine Viktor. Na gut, dann. Boah, wie ich das hasse, wenn der einfach... Der PC macht einfach, was er will, so. Was war das jetzt gerade? Sonic Studio wollte das Ganze, meinen PC restarten, mitnimmig streamen. Äh, das... Was ist überhaupt Sonic Studio? Wieso ist es auf meiner Festplatte? Dann habe ich da jetzt eigentlich auf der Schulter. Blöde Sonic Studio. Er ist eigentlich Monster. Wieso kannst du noch hauen, wenn du ein... Natürlich kann man hauen. Das klappt, weil ich eine Seite oder wie, hä? Einfach... Ich bin ein guter Typ. Und schon bin ich weg. Daher, vorbei. Und jetzt, geht's, geht's. Ich war schon bei den Navy Seals. Da stand der Kleine. Hallo, der Viktor ist wieder da. Du hast gesagt, du kriegst mir ein Lesen bei Paul. So wie du sprichst, ich wette gerade so ein bisschen. Na ja. Tim ist nicht der Einzige mit Perversion hier. Perversion. Boah. Scheiße. Hab mich voll... Der hat mich voll in den Geraden gehabt. Weil der Hamburger ist weg. Perversion. Perversion, ne? Der Einzige mit Perversion hier. Pass mal auf. Das ist ein schlechtes Demonstration bei der Radiologie. Wie ein Hamburger, ja? Mann, ich konnte den Zellcheck nicht hören, weil ihr... Mann! Perversion. Das ist, äh, mit dem Kutter vorne und runter, der Fischfutter, oder in der Perversion. Oh, oh, oh! Oh, daneben gesprungen. Oh mein Gott! So will ich nicht. Du musst sterben. Das ist eine richtig gute Perversion. Muss ich ehrlich sagen, Perversion ist gut. Pack auf. Oh, pack auf. Dann Perversion. Warte, komm, ich halte dich. Ich halte dich. Äh, Jimmy, ich halte dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Ah, äh, putz. Äh, 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 da ist wieder das Husten und für jedes Husten, das soll die Community oder ihr wisst, kriegt Kaia ein Euro. Ich hab' gar nicht gehustet, das bin ich gar nicht. Doch, nein, im Spiel hustet jemand und das bist du. Ah, jetzt verstehe ich. Und jetzt kannst du ruhig sagen, dass du für jedes Husten ein Euro kriegst. Ah, jetzt kriegst du jedes Husten ein Euro. So. Na, ist doch toll, wenn du ehrlich bist. Auf beiden Seiten. Ey, das ist aber echt nicht lustig, während ich da... Dankeschön. ...und ihr tut's da die Generatoren machen, was soll das denn? Ja, wieso war's das Problem? Ja, könnt ihr mal... Oh, da könnte ich noch einer dran. Ey, jetzt hängen die Bande schon wieder bei mir, haut doch ab, sonst kommt der doch hierhin! Dann steht der Teddy wieder hier, ey, ich fäll' hierhin hier rum, haut ab, jetzt hab ich das Husten gehört, aber das ist dein Husten, Paul. Ja, nein. Weil du Zigarre raus. Ich fäll' hierhin. Der Kinder ist schwer. Ja, warum? Ja, weil ich zwei Characters schauen muss und einer bleibt immer stehen dabei. Ach so, wenn du den einsteuerst, dann tut der andere nichts oder weniger, dann kann ich den anderen nichts machen, ja. Ja, das ist nur hier. Die werden hier finden, die finden, die finden, die müssen bei mir, Bussi! Der kommt auf mich zu. Ja, da, 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 da. Ey, das hat jetzt mein Baby, das macht jetzt, wenn ich... Mann, ey, ich find' diese Scheiß-Generatoren, wer braucht die überhaupt? Oh, sein! Das wär' nicht so frech, Simi. Dankeschön. Wir sind weiter links, early boy. Links? Ja. Tiefer? Ja. Rüdiger! Rüdiger! Oh Gott, ey! Lass' doch! Bring' mir diesen bei, Jimmy! Oh! Ey, ihr seid alle durchgestrichen! Mann! Gekrault von Kaya-Zock! Aha! Das find' ich nett! Ja, ne? Passiert auch nicht alle Tage! Nö! Ihr seid halt schon so weit! Dankeschön! Und Skill-Check auch noch geschah! Auch noch! Ja, ich bin echt gut, muss ich ehrlich sagen! Okay, er hängt ihn auf! Er hängt ihn auf! Was soll das denn jetzt schon? Hang on! I won't fall now, man! Hang on! Oh, jetzt gibt's noch einen! Weiß einer, wo es noch einen Generator gibt oder sowas? Rüdiger! Was war das denn? Ich mach' auch den letzten! Ah, du hast jetzt nicht mehr ein Baby! Ja! Mach' man! Braust du Hilfe? Äh, wenn du hier bist? Na, Baby, so ein Tor! Ne, mach' man! Wer hängt denn da? Ich! Ach Gott! Lass' den hängen! Ist ja nur Jimmy! Oh! Ne, er hat uns gesehen! Weg hier! Ja! Schön! Er hat uns gesehen! Ich rette die! Er hat uns gesehen! Ich werde die zu dir schicken! Okay! Fertig! Ja? Ne, einer fehlt! Das tut's doch immer! Das Spiel verderbt mich mit meinem kleiner Bub! Zeig ihm die Welt! Schön! Pupp! Ja! Nix! Oh! Wer war das denn? Ach so, erledigt! Ja! Lüft mir keiner Bub wenigstens mitgehen mit euch! Puh! Ich war ja, ich erzähle ihn um! Pupp! Ein Tor ist aufgleich, Leute! Gleich ist es ein Tor auf! Ja, hier auch! Die kleine Winter ist effektiv! Tor auf! Maki Boy! Vielen Dank für die 10 Giftsabs! Danke schön! Maki Boy! Hey! Hey! Da bin der Baby mit! Ich renne einfach mit dir raus! Scheiße! Das ging nicht! Zeig ihm die Welt! Er wusste ja! Zeig ihm die Schweiz! Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge! Die Welt und die Schweiz! Okay, Kai ist raus! Kai ist raus! Er hat ne Baby mitgenommen! Er ist schon noch geheilt! Nee! Lass das sein! Geh weg! Der Baby ist mit dem Baby geht! Ich dachte, ihr werdet am Tor! Habt ihr nicht gesagt, ihr werdet am anderen Tor? Ja, da sind wir! Aber der Early musste mich jetzt unbedingt vor dem Tor unterheilen! Early Exit! Jetzt habt ihr es geschafft alle, oder? Ah ja, da seh ich euch! Ja, jetzt fahr ich da mit, man! Gut, dann renne ich halt mit dem Baby! Kurz nach links oben! Vielen Dank, Maki Boy! Nicey nice! Was schade! Ich war so drin in meinem Element! So, Paul ist als nächster! Ich wüsste ja gerne mal, wie man, wenn man das spielt, wie man die Sachen richtig einsetzt! Wenn man da, stell doch Fragen und dann beantworten wir die! Sag! Ja! Ich habe doch, wenn ich Monster bin, habe ich doch Funktionen! Ja! Wie setze ich die ein? Kommt auf das Monster an! Aber generell immer Rechtsklick gedrückt halten und dann Linksklick! Also wenn du zum Beispiel diesen Dude nimmst, den ich hatte mit diesen unsichtbar werden! Der ist ziemlich einfach! Da nehme ich nur die rechte Maustaste, werde ich unsichtbar! Die rechte Maustaste werde ich wieder sichtbar! Und mit der linken Maustaste schlage ich durch! Aber ja! Aber ich kann ja auch hier einzelne Skills modifizieren! Das weiß ich nicht! Ich habe nur die rechte Maustaste benutzt! Das weiß ich auch nicht! Als ich Killer war! Mehr habe ich nicht gemacht! Die Profis spielen so wie wir! Das ist schon okay! Nimm doch den Hinterwäldler! Das ist der, der sich unsichtbar machen kann! Der war ziemlich schnell! Und damit habe ich euch ziemlich in Bedrängnis gebracht! Trotz Hustens! Ich will aber, dass ihr Angst habt vor mir! Niemand, der dein Herz... Was sagt dein Herz? Nimm den ihm! Dann wird er Jimmy nehmen! Ich nehme den! Dann nimmt er den mit, oder wie? Du hast keinen Elter mehr dann! Ich habe einen ausquält! Was heißt denn nochmal Freund, Putzi? Da gab es doch so einen... So einen Österreich- oder Wiener Ausdruck! Irgendwas mit A am Ende! Huaka, Fuaka... Habara! Was heißt das nochmal? Habara? Habara ist... Habara ist Freund! Ja eben! So ein Kumpel! Habara! 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 Ja, den gibt es auch! Habara! 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 Ist die erste allgemeine Verunsicherung noch etwas in Österreich? Oder ist die auch... Natürlich! Nach wie vor! Ist super! Ist super! Die sind so in Deutschland auch bekannt! Ist eh auch nicht gedacht! Du 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 du! Dein Apfelmus lässt mir keine Ruhe! Schönes Lied! Biu Miu heißt es oder? Das Lied ist so geil! Ja ich... Es gibt echt viele gute Lieder! Wir haben echt geiles Zeug gemacht! Aber sonst war in Österreich gar nichts hervorgebracht! Nein Falko! Sorry! Und Mozart! Stimmt! Mozart war auch dabei! Nein es war ein Witz! Alles gut! Und 38 bis 45 gab es auch noch so ein Dude und... Aber der hat keine Musik! Ich rede von Musik! Ne der ist auch... Achso! Ja der hat doch Musik gemacht oder? Aus Österreich! Ne nicht gemalt! Der hat gemalt! Ja! Der hat viel gemalt! Sorry ich rede von Musikern! Und geschrieben! Musik aus Österreich! Ja! Falko war auch genial! Zack! Stadion ausverkauft! Falko mag ich auch sehr gerne! Hey hier war ich noch nie! Hawkins Nationalist! Weißt du was das ist? Was? Von wo? Von Outlast! Von Outlast! Ah almost! Von Demon Bourbon! Also von... Was? Von Demon Bourbon! Stranger Things! Stranger Things! Auf Netflix! Was ist denn Stranger Things? Demon Bourbon! Serie! Echt? Kennst nicht! Nee! Stranger Things ist ein Muss! Die, die, die gefällt ihr nicht? Die ist super bekannt! Und alle mögen die! Ah Stranger Things! Ich weiß nicht! Ja! Netflix! 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 Oder was machst du hier? Nö! Wir ziehen euch! Wir ziehen euch! Wir ziehen euch! Der Killer kommt! Aber was ist denn das für ein Killer? Ich möchte ihn jetzt mal sehen! Was haben wir uns auch was hat auszulust! Was feines? Zeige mal! Der ist unter uns! Boah! Das ist echt? Paul Tecker mal! Warte jetzt! Da unten ist der Paul! Ah! Ja! Wenn er sagt er kommt runter ist er oben! Oh! Oh! Er hat einen richtig dicken Fisch gefangen! Ich bin in den Stilfall! Er ist der Treppe da unten! Oh! Hey Paul! Jetzt kommt jetzt! Ach du hast eine Fallenleger! Ja! Ja! Treppe da unten! Auri Paul! Boah! Ich hab gedacht! Ich glaub Paul hat seinen Killer gefunden! Ich glaub auch! Ja hat der! Ich bin weg! Nein! Du lässt dich von Paul vorführen? Was ist mit dir los Jimmy? Hey! Jetzt sucht er mich wieder! Der weiß nicht wo ich bin! Denkst du! Ich krieg da noch am Boden! Am Boden! Am Boden! Ja! Paul ist in der Nähe! Ich weiß nicht was ich machen soll hier! Hilf mir ab! Hey! Ich komm zu dir! Es muss jetzt aber nicht sein! Schon mir leid putzi! Jetzt musst du jetzt einfach... Das hast du jetzt... Paul guck mal! Frag dich selber! Willst du das? Paul drehe ich mal um! Guck mal! Ey was ist... Oh! Hast du geblendet? Da hast du wieder so einen Scheiß-Gott-Mode! Und jetzt? Batterilia oder was? Warte am Freundchen! Das wäre kurz die Freude! Oh scheiße! Ja ja scheiße! Olli ich komm zu dir! 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 Nicht gut! Nee! Und jetzt? Ich weiß wo ich bin! Nee! Schön! Komm der kill! Pass auf Paul! Ey wer kommt denn da? Wer ist das? Olli bist du? Das bin ich! Ah oui! Olli.. Der kill識! Der killräsen ist direkt hinter dir! khoie mich noch! Weißt zwei, komm! Der kommt! Komm mir! Ich weiß es nicht. Der weiß das wieder mit der Tascheflammen Kid und ein Kunle Kreuze條 ist. Jungen so lang kann es gar nicht leuchten wie ich hier bin. Ich merke da schon verdammt! Jetzt komme ich noch entgegen! warte mal abhören ob jetzt macht da early und go was die weg jetzt okay ist jemand bei jimmy kann der killer informaten gleichwohl der legt nicht ich liegt schon halb tot der legt noch eine falle unter mich der profi ach so jetzt weiß ich was der vorhat okay aber schon ersten generator gut oh gott aber ziemlich hängt gar nicht oder aber jetzt hängt er der panzer lassen sie den mann sofort hin unter von der schuppe oder was sie zu ich weiß sie den serien killer war es verboten sie und ihre perversion ja jetzt absolut ist ein verbot ich weiß kein bretter auf noch nicht nur so wo haben wir den nächsten generator ich bin komplett orientierungslos aber okay sagt ich habe mich schon likes auf der blockflöte papo ist ein nicer kerl abloh abloh ein papo wieso fragte ich glaube ich habe einmal zusammen mit dem gestreamten pablo 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 was sogar eine aufnahme in dem glaube ich gemacht ja ja ich mag die goldenen 60er was macht man da oben heißt einer wo die verdammten generatoren sind ich finde ja auch nicht und da ist nie eine gute was ist jetzt warum ist er wieder abgehauen das gibt es doch nicht zu das kaya hat so ein gelben anzug an nein auch das bin ich die leichen hier auf der map oder nicht bist du ist die gelbe besser als ein grüner gegenstand ich glaube ja ich habe da die ganzen erweiterung das machen wir aber gut gerade ja das macht er sehr gut jetzt in die falle geraten wie erkennt man denn die falle leute gar nicht wenn auf dem boden nichts als eine gefunden kann man die erkennen die falle kann man sie entschärfen ja 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 kann man kann man kann man also man sieht ja auch und man kann man nichts geht machen und dann den chef money aber die leuchten jetzt glaube ich nicht oder also die die wesen der baten das audit ist meine pustel geplatzt kein problem ich habe hier so ein med dabei leider gehen macht gut also kennt doch nicht immer so leute ich gehe ich weiß immer läuft dann sieht man der sieht dann die dinger bohnen ist eine sackgasse hier oder immer raus kommen ich denke ich denke ich wäre ich nein ja ich habe mich am euch was macht denn der panzer hier oder nein ja super mal wie viele skate checks kommen denn hier du bist ja ich bin ich habe mich das letzte mal liegen lassen übrigens nur mal so zur erinnerung naja sowas mache ich ja gar nicht wissen als sie ja herrlich da was die hände doch hin ich mach doch mal auf oder hast du den kaya geangelt was ist denn da war umhängen geht runter mit dem eine kugel konnte kaya so war ihm direkt in die arme das ist das ist ungünstig das ist ein penis was sie dich aus gesagt gesagt ich habe gesagt Ich dachte, geh doch weg! Early, komm her! Falsches Spiel! Kennst du das, wenn manchmal die Sachen rausrutschen aus dem Privat? Zieh dich aus, du! Hab ich gar nicht gesagt! So, du Vollidiot! So, jetzt, wir gehen da alle zusammen! Wir gehen alle zusammen oder keiner oder ich! So sieht's aus! Wo muss ich denn lang? Jimmy! Warte, ich hänge eine Falle fest! Ja, fuck! Wieso machst du denn sowas? Komm wieder zurück! Wo ist denn der Ausgang? Du bist bei mir! Ja! Alter, ist ein cold, cold world! Kann mir einer sagen, wo der verdammte Ausgang ist? Ey, ihr... Da heilt mich grad mein Lutz direkt vor! Ah, was? Wo bist du denn jetzt hin? Ich hab keine Ahnung, wo der Ausgang ist! Wir sind bei der Hälfte! Ist der oben oder unten? Was? Also, normal! Bei der Ahnung, da wo wir eben waren! Normal! Das war der schlechteste Versuch, die zu verschleiern! Hier, oben oder unten? Normal! Hier, oben oder unten? Es ist oben oder unten? Elf! Da bist du, komm her! Nee, bist du gar nicht! Mann! Wo ist denn dieser scheiß Ausgang? Das kann doch nicht wahr sein! Gibt sich irgendwelche Exitzeins oder so? Leute, so wird das nie was! Leute, so wird das nie was! Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist! Ist da oben oder unten! Gelb! Verpiss dich! Es ist mir sterb, wenn es oben ausläuft! Geh oben! Ich soll außen wo rumlaufen? Einfach weiter außen entlang! Oben ist die Zeit, du musst raus! Ja, aber wo? Ist das hier der Ausgang? Wann zum Meer! Keine Ahnung, wo der ist! Äh! Ich find's nicht! Komm her, du! Ich find den Ausgang einfach nicht! Jetzt komm her, du kleiner! Oh nein! Komm her, du! Jetzt hol doch das Ding runter! Jetzt zieh die Socken aus! Du permerst nicht! Da bin ich mal eine eigene Falle gelaufen! Hallo? Hey, ich bin entkommen! Ne! Hab ich alle! Du hast alle! Du hast gewonnen, Paul! Du hast gewonnen! Ja! Obwohl du gar nicht mal so gut warst! So sieht ein Killer aus! Hattest du Spaß! Maximal! Komm, eine Runde geht noch! Na klar! Eine Runde geht noch! Mindestens! Hey, ich find's super nass! Ähm, wer war, wer war, wer war? Einer war noch vor mir, bevor ich... War Jimmy schon Killer jetzt? Das zweite Mal? Äh, das zweite Mal noch nicht, ne! Dann bist du jetzt! Wo war denn dieser Kack ausgabe? Ich fass es nicht! So! The Cake! The Cake! Halloween Brotdose! Ich bezieh irgendein Wort! Ey, ich hab... Hey, ich will ja jetzt nicht... Mir ist es ja eigentlich immer egal, wer gewinnt oder verliert, aber ich habe heute als einziger alle... Ne? Ja, wirklich alle? Ja! Ja, alle! Hat vorher noch keiner! Was ist denn eine Geburtswerkzeug... Geburtswerkzeugkiste? Das ist, wenn du... Ach so, ich bin ja gar nicht Killer! Was ist das für die Hebammen? Eine Geburtstagswerkzeugkiste! Nein, nein, das kannst du auch privat im Darknet... Habe ich zwei so Sets kommen lassen! Ich verstehe! Nein, grün ist besser als gelb! Sehe ich gerade! Grün war besser als gelb! Äh... Kaya, stimmt das, dass der Batman in der Schweiz Lederlappen oder so heißt? Ja! Ne, in Schweden! Das hatte ich mal in der Twist Show! Ja! Lederlappen! Lederlappen! War das in der Schweiz? Ne, in Schweden! Ich dachte auch in der Schweiz! In Schweden! Ne, in Schweden! Markyboy, habe ich schon gesagt, oder? Markyboy, habe ich dich schon gelobt für deine zehn Giftsappen? Ey, vielen Dank für eine Halbstraße, Leute! Vielen, vielen Dank! Ich lese den gleich vor! Dark Sunny... 11. Monat... Richard Anton... Willkommen Club... The Real... 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 Ich lese den gleich vor! Ich bin schon fertig! Ja, ich bin schon fertig! Lederlappen! Moment, ich such hier gerade! Ja, klar! Du suchst mal wieder! Und wisst ihr, was die Spinner auf Schwedisch heißt? Was? Spindelmanen! Echt? Was? Spindelmanen? Spindelmanen und Lederlappen! Das ist so lang! Spindelmanen! Und wisst ihr, was Kuchen auf Schwedisch heißt? Kuchen? Kaka! 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 Und was heißt... Sollen wir Kaffee trinken? Heißt... Woller Fika! Ich glaube ja! Irgendwas war da! Ich weiß nicht! Ja, ich merke mir das nicht! Ja, ich war ja schon oft da in Schweden! Das ist ein Insight, den man zweideutig verstehen kann! Was hast du denn in Schweden gemacht, Paul? Fika! Mit Kaffee getrunken! Fika Fika! Viel... Mit Kaka! Also so viel Kaffee! Viel, sehr viel! Ich bin ja Barista! Fika! Fika! Oberfika! Also Oberkaffee! Ja klar! Beim Starbucks bist du der Oberfika! Ja! Genau! Das ist mein Spitzname in Schweden! Mr. Starbucks! Fika Fika! Und alle wissen warum! Ja! Wie heißt der Tod auf Schwedisch wird hier gefragt! Komm Leute, sag das! Ich weiß es selber nicht! Du weißt aber auf Holländisch, oder? Äh... Der Tod stimmt! Irgendwas mit Dodelig! Dodelig war es! Dodelig! Du bist Dodelig! Ich kann mich an die eigenen Gags nennen! Ich kenn doch dein Programm! Ich war doch einer der wenigen, die da drin machen! Du warst der Einzige! Ich war doch einer von den drei! Knopje! Knopje auf Dodje! So komm! Jetzt hier! Genau so ging der Gag! Ja! Du warst doch der Einzige! Gelacht! Das war traurig! Ja, super! Mach doch kaputt! Äh... Wer hat das jetzt gemacht? Ich häng mich jetzt mal in K.A. ran! Nee, geh weg! Mit dir sterb ich! Mit dir bin ich gleich dodelig! Kann doch ein Kompliment sein! Komm her du! Komm her du! Jetzt hann ich dich du! Komm runter, der Butz! Okay, komm! Warte! Warte! Ich komm mal runter! Komm mal beim Freude! Boah! Warte! Das ist das asozial! Hör mal auf da! Ja, du hast doch angefangen! Okay, bleib stehen! Ich mach! Warte! Ich nehm die Zähne raus! Wir kriegen nie wieder den Koop! Nie wieder! Niemand ruft uns für ihn! Ich werd da eben von dir bezahlt! Wie heißt der Krampus in der Schweiz? Oh, 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 oh! Das war ja schon irgendwas mit Krampusli oder so! Wüsste ich dachte, du musst das okay! Ey, ich dachte, die gegenstehen, wenn du was soll der Scheiß! All diese Campus nicht hier, wie heißt er nochmal? Leuch! nicht ruprecht heißt er in der ist der schmutzli 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 ich wusste doch immer lieb der war einmal bei mir bei grapus ich hab so angst gehabt als ich habe keine geduld für diese generatoren auf die klasse habe ich schon langweil ich würde viel lieber in diese asphaltiermaschine hier steigen da macht also vielleicht kann sie einfach fahren damit ich habe hier die krankenschwester wie viele skill checks kann man pro generator verlegen ja ich glaube ich habe ich gehört ich kann so nicht laufen halt steht du deswegen hast du ich habe so oft vergeigert das jetzt verletzt bin es kann nicht sein von mir da kommt jetzt hier dran kurz vorm ende so die letzte runde holen wir aber nach hause oder nach hause na klar was war denn damals euer berufswunsch früher fuß fahrer wirklich ja jetzt kommt der witz mediengestaltung wollte ich machen naja kann ja auch werden ja mann macht ordentlich ist du willst du nicht bei mir hängen bleiben ja ja doch also christ die kajan ist heißt das dann wenn er für die arbeit ist und wo sonst so viel spaß bei der arbeit ist immer was wolltest du werden ich hatte keine ziele ich habe mehr erreicht als ich dachte ich wollte mal ich wollte mal tierforscher werden wie ein zielmann oder jimmig ein zielmann kennst du nicht jimmig kustos sowas wollte ich immer machen aber ich habe nur wohl hier gut sein was sagst du mir hört gar keiner zu egal doch 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 so bist du wie ein typischer wiener doch doch alles gut ich weiß die euro zu wenn ich da bin wenn ich die scheiß kurs macht wo sie immer 50 euro zahlen muss auch die die pferde kacke weg machen das ist nur skillchecks die ein nach dem anderen mann ich habe eine gelbe tür gefunden bringt das was jetzt ist hätte ich schon wieder bei mir hi wer ist denn teddy ich bin nicht der late warm sieht aus wie teddy meine mutter kann es auch keine namen merken ich bin ich da guckt ist worden der heißt doch lebt die frühbord frühe frühe vogel der only bird aber wenn er zu spät kommt heiser der old boy the old boy the old boy the old bird hat die zahl von sehr kreativ gelegt erzähl weiter folgen wenn ich ja noch so ist die erzähl damals werden wollte es ja sprich raus wer ist denn böse ich bin das ich zahle die hälfte von dem was kaya jetzt halt wenn du mich in ruhe lässt also 0 also zähne ich krieg 30 euro von ihm ich gehe darauf und bei und bei und late ach wo bist du denn jetzt ja ja viele variation von dem richtigen namen paul ich finde ja das japanische original besser egal anderes thema und dann ist es also es gibt zwei filme einen japanischen original und dann einen amerikanischen remake das ist aber von spiky das ist auch gut so wie bei vanilla sky kannst du mich ohne holen tett danke okay eigentlich kämpfen jimmy ja der ist dahin gerannt noch auf jimmy da bist du wieder dreck hilfe was liegt das ist alle am boden was ist mit euch am boden ja ist ja so hatte ich hoch ich werde immer aufgucken wer ist es war nessa schreibt der japanisch ist wirklich gut wusste das ist ein spanisches original gibt von vanilla sky hast du den gesehen ja weißt wie das heißt wie der film heißt näher weiß nicht wie das heißt aber das eine ist ja mit tom cruise und links ja das original heißt glaube ich noch aus mochos oder so was das ist einfach nur ein typ der ich werde gerade ich habe gerade nicht rein kann kann ich war nicht noch auf den augen auf spanisch heißt los woch aus ich habe aufgemacht muss ich runter holen oder nicht also wo wo da wo der gelbe bus ist hier wird nicht gerutscht ja ich war es nicht das war der team ich habe das geliebt 8 9 10 wo es kaputt wo es positiv ja ich bin auf der flug zum team immer noch ja jetzt schon alle die rechner runtergefahren ich bin bei mir besuche dich auch herrlich auch das war eine wunderbare los ojos open your eyes auf spanisch so jetzt haben wir es habt ihr spanisch gelernt nein der chat hilft mir also los doch ich habe was weiß ich kompanieros haben hier ist mego staria und eine granita de limon mir grande ah sie 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 hat die gandte dass denn das original gesehen paul und noch auch was was hast du das original das woche aus und woche aus nein habe ich nicht gesehen und wenn dann soll ich noch mal killer spielen da kommt nein und du kannst es nicht ja okay willst du killer spielen nein möchte ich nicht lassen die keller spielen keller ist nicht klar es ist hier und die old ding old young young warm warm freak ok du bist dran sorgt sich nicht mehr ein nein das ist early warm jetzt nein early boy so ich bin jetzt aber so was vorbereitet weil ich mach aber eine sehr witzige sehr witzige ich habe wieder meine taschenampe wer ist denn jetzt hier ich muss bereit sorgen sorry tut mir leid war mein fehler mein fehler ich habe das gefühl dir macht das spiel spaß paul nein gar nicht aber es ist dieses wochenende umsonst kann einer noch mal ganz kurz den text also das spiel ist ab sofort bis zum 12 juli auf steam playstation xbox kostenlos spielbar das ist sehr gut es ist sehr spannend es macht spaß es ist es ist durchsetzt von action von adrenalin du einmal dabei bist kannst du nicht mehr du bleibst dran du hast spaß du hast du denkst nein das ist mein leben das spiel nach dem ausprobieren behalten wollen gibt es einen rabatt von bis zu 50 prozent auf steam playstation xbox und stadia das dead by day ja stadia ich kann das das ist einfach nicht mein baum dass du dir das gemerkt hast du im kopf das ist wirklich nicht schlecht das ist super stadia stadia hast du auch einen ja 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 ich hab auch stadia ich hab ne kanker ich bin im dritten stadia checken welche farbe hat dein stadia ja das ist gelb kaya hör auf sag doch gar nichts der jimmy lacht sich weg ich bin am holen hier ich sehe anders aus ich sehe aus wie wie colin farrell in gentleman naja aber jetzt mal ohne blödsinn die beste beste performance finde ich echt colin farrell in seinem als trainer oder ja der war hammer ich habe so gelacht ich lache ja nicht oft aber da habe ich in dem in dem bürgerladen wo er sagt wieso riecht es denn hier nach pipi okay dass sie nicht was ist denn da jetzt man haben wir es jetzt alle filmen von guy richie sind einfach geil nein das castaway war furchtbar mit madonna nur weil du madonna fällen bist das gibt es ja nicht ich glaube nein du meinst dings hier auf der insel mit den meinen wir nicht was swept away diesen ließen der scheiß film hallo community ich habe die schlauste kommen wie ist der film swept away swept away schreibt mir nein das war noch nicht kommen lassen sie aufhören zu spielen wir reden über filme finde ich viel besser so wenn ich hier abhängt ich höre gerade auf wer ist eigentlich böser hallo ich bin out of keyboard was ist dein lieblings film kann es nicht einfach pinkeln gehen vollkommen zurück man der macht immer so dann sagt man nicht kann was ist dein lieblings film war das geht nicht ich habe das geht viel zu viele viel zu viele das sagt er hätte auch raus kommt die band matrix bin ich geil sogar alle drei ich habe gedacht du wärst schon weg ich habe gedacht ne kommt er glaubt das scheiße hey bist du bei ja ja ich gehe gerade in die richtung ich versuch die frage auch einen fluchtversuch unternehmen wenn sie nicht klappt jetzt kommt gleich die spinne und gehen wir mit rein gelegt die zubremium ja so naja ist ja es gerne da ist da ist gerade ich clade läuft direkt zu dem wendor du 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 ich du 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 guck mal hier wie du 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 hast ja das hab ich noch nie gesehen im spiel hier ist ein ein einhorn dem sie das horn entfernt haben das aber traurig finde ich auch den menschen kann man ja menschen kann man immer alles antun aber tiere soll man in ruhe lassen das ist gar kein einer und das hat ein drittes auge die drecksau das ist ja auch der jahrmarkt da muss man auch bis so sehr eklig kommen die ganze rechte seite das ist doch das doch brand beschleuniger etwas macht sie das ist ja super bei euch 100 richtig aus was meinst du damit hat ich so gleich wieder maschine fertig das bin ich gar nicht oder ich bin hier gerade die zukunft anstehen im zelt das gibt es doch nicht was ist denn mit mir mich hallo ich arbeite hier in dem zelt auch scheiß jetzt liege ich schon wieder am boden das bier schweine doch die hilfe ja alle brauchen keine brauche ich ohne scheiß wer ist böser hier late warm bist du das ist es late girl boy boy late aber jetzt kann ich euch zu helfen da muss ich das sind fünf filme mindestens also als lieblings film nennen wir zwei davor mit dem scheiß der pate es war einmal in amerika hast die verurteilten gesehen oder die chance verurteilten shawshank redemption mit tim robbins ich habe wirklich zehn wenn ich jetzt darüber nachdenken das sind mindestens zehn filme die ich immer wieder gucke aber auch fight club wäre es auch gut eigentlich cool super oder lass uns doch über schauspieler reden das ist einfacher als filme da kenne ich nicht so viel harry sofort technisch sind das war immer meine ferrits wenn die wiener sich beeilen wollen wir haben keine generatoren aber zwei sind das war sehr toll ja ich war voll auf deiner seite aber jetzt muss ich wirklich sagen gibt es bei immer noch spart schenkt man die geimpft bin ich noch immer noch spart ich bin es ist meine bewunderung er gut du kennst das nehmen okay ja gut das im somit mit 29 kannst du auch bin ja älter als ich so er kann ja ja so antin hopkins zum beispiel als schauspieler hammer antin hopkins ja guter mann ist doch geil dass er mit 83 instagram account hat gibt er noch hoffnung für paulo mich nein was soll denn das baulassen instagram account ja aber ich mache da nichts ja muss ich ja heute wurde gezwungen nein ich bin da echt schlecht drin ich mache irgendwie mit viele glauben ja gar nicht dass ich das bin aber ich mache da so alle vier monate mal ein video von kaninchen oder wie ich mein hund bin erreicht auch ich weiß nie was ich damit ich habe keine lust jeden tag mitzuteilen was ich gerade esse oder wo ich mal ich gerade für schuhe anziehe oder ich bin hier gerade und bin hier da mein leben die recht im aktuellen spiegel haben doch wieso und johann interview gegeben wie anstrengend das ist oder wer ist das so schon meint den spiel oder johann riso spiegel kenne ich aber die anderen jun und riko riso ist egal ja sind wir durch für heute oder was noch die runde zu ende das hat so spaß gemacht gerade wer hat das gesagt der habara ich kann euch nicht folgen ist egal das mod einfach nicken und sagen ja was ist freund auf schweizerisch gibt es aus freund ja keine ahnung dem kaja was ist freund auf schweizerisch man zweimal ich fasse es doch nicht zweimal wenn ich jetzt leck mich da ist er wieder den kaja den wir kennen ja jetzt zieht er mich runter ja kommt verbinde mich doch die vogel das letzte mal seit ihr noch im spiel oder war nicht einer runterholen weil ich bin hier wirklich nicht ich spreche ich bin der drucker presse mannen die kämpft halten das ist ja das gilt nicht nur lieben sagt es ist halt wirklich traurig ich bin ich sage mal dass er weg soll immer weg ich glaube das war jetzt ich habe mir einen abgepresst ja wo das war knapp naja oder die boysen sagt kein wunder dass keiner mit dem stream will das war das schlüsselbein hast du irgendwo den die luke die luke finde ich die luke finde ich nie ich hab ja noch nie gefunden einmal glaube ich einmal macht das nicht so ein geräusch wenn man in der nähe ist ja nein hier die macht aber ich spiel dir noch immer sie ist der letzte ich behalte mich doch schon ich kann gar nicht sprinten ich drücke umsonst die ganze zeit schiff ich höre sie oder du hörst was die luke die luke geräusch macht denn die blöde luke habe ich nicht verstanden die machen so ein brummen und so gut wenn himmel kommen sollen so ein brummen ja also wenn du bist macht zum brummen und hallelujah oder was ganz hoch ich denke wenn du in der nähe der luke bist gibt es ein geräusch oder nicht genau ja aber der killer kann doch schließen und dahin ist vorbei glaube ich dann ist die luke für immer geschlossen aber war das knapp das was knapp herrliche zeit auch einmal nicht auch kommen jetzt wirklich jetzt habe ich so lange gehalten und meine taschen abgestatten pausen brot ich bin aber nicht mehr im spiel wisst ihr schon nicht mehr langweilig dass kein gutes zeit sehr gut wir sind ja auch durch wer war denn da wenn es einer schafft schon ist alle nena ich weiß nicht es gibt punkte für alle in dem moment wo du raus gehst oder stirbt in dem moment christ ja schon eine punkte wenn du raus gehst oder stirbt so ihr könnt ihr könnt entscheiden wollte ja noch ein gründchen oder wollte tschuldigung tschuldigung auch pausen müde ich werde aber das ist mir schon egal ich habe nichts zu melden mit dir oder paul wolltest du battlefield was nein meinung vorschlag aber wir also wir müssen auf jeden fall noch mal zusammen spielen dass die waren ja nicht die der kja ja wir wünschen wir können dasselbe sagen über dich